Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so ein Hauswasserwerk anschließend und somit natürlich auch die Brunnenpumpe richtig entlüften und in Betrieb nehmen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall ist auf der linken Seite ein Brunnen angeschlossen, der mit einem Saugschlauch, einem Saugkorb und natürlich auch einem Rückschlagventil verbunden ist. Und auf der rechten Seite bzw. darüber haben wir uns mal eine Wasserleitung zu unserem Garten gelegt. Das wird dort später dank dem Hauswasserwerk automatisch Brunnenwasser an unserem Wasserhahn anliegen haben. Hierfür müssen wir mal einen einfachen Anschluss zwischen unserem Brunnen und unserem Hauswasserwerk hinbekommen. Hierfür habe ich mal eine Schlauchverschraubung in der entsprechenden Größe an dem Schlauch angebracht. Das Ganze mit einer ordentlichen Schlauchschelle natürlich auch festgezogen, dass hier einfach kein Wasser rauskommen kann und vor allem auch keine Luft angesaugt werden kann. Und ich möchte aber in meinem Fall noch einen Vorfilter dazwischen schalten, dass einfach gröbere Schmutzpartikel schon vor der Pumpe noch herausgefiltert werden. Hierbei müssen wir nur darauf achten, dass unser Vorfilter eine Fließrichtung hat. Bedeutet, hier ist in, da ist out, das Brunnenwasser geht also durch den Filter hindurch zu unserem Hauswasserwerk und da vorne unsere Verschraubung. Die haben auch schon so eine Gummi-Uhrring-Dichtung mit drauf. Bedeutet, wir müssen hier nicht extra noch etwas aufhamfen bzw. Teflonband verwenden, um es dicht zu bekommen. Meine beiden Anschlüsse sollten auf jeden Fall passen und den Filter hier unten habe ich auch einfach mal per Hand ordentlich im Uhrzeigersinn festgedreht. Falls es bei dir nicht so einfach gehen sollte, dann gibt es da normalerweise auch noch ein spezielles Werkzeug, was beim Kauf von diesem mit dabei war. Auf unserer Anschlussseite zum Garten könnten wir eine normale Rohrleitung wie hier verbaut anbringen. Jedoch würde ich dir empfehlen, dass du auf jeden Fall einen Trockenlaufschutz dazwischen bauen solltest. Der hat einfach die Funktion, dass wenn das Wasser im Brunnen nicht mehr reichen sollte, dann erkennt dieser das sofort, schaltet den Strom von der Pumpe aus und die Pumpe kann somit auch nicht heiß laufen und nicht kaputt gehen. Aus dem möchte ich hier oben noch eine Verschraubung einbauen. Bedeutet einfach, dass ich danach jederzeit das Ganze hier aufschrauben kann und mein Hauswasserwerk zum Beispiel auf die Seite nehmen kann, da ich hier unten drunter auch noch eine Kiste stellen möchte, falls doch mal irgendwo etwas Wasser auslaufen sollte. Zuerst einmal würde ich alle meine Bauteile abdichten und danach zusammenschrauben. Da ich das Ganze mit Hanf abdichten möchte, müssen wir zuerst einmal alle unsere Gewinde mit einem Sägeblatt etwas aufrauen. Durch das Aufrahmen von dem Gewinde hält mein Hanf anschließend besser und ich habe übrigens auch schon ein ausführliches Video zum Einhanfen gemacht, weswegen ich es jetzt einfach mal im Schnelldurchgang zeige. Am besten den ersten Gewindegang immer freilassen, dass das Gewinde später auch deutlich leichter anpacken kann und nach ca. 2 umdrehen können wir dann auch schon unser zweites Ende von dem Hanf ganz einfach mitnehmen und um das Gewinde rum geben. Wenn das passt, den Hanf mit einer Drahtbürste in Gewinderichtung noch etwas einbürsten. Zum Schluss noch Neo-Fermiet auftragen, was einfach eine Spezial-Gewindedichtungspaste ist. Und wir können alles zusammenschrauben. Am Schraubstock geht es natürlich deutlich leichter, doch für das Video zeige ich es jetzt mal hier am Boden mit zwei Zangen. Danach noch auf unserem Hauswasserwerk festschrauben. Die Anschlüsse schauen gut aus, weswegen ich jetzt mal mein Hauswasserwerk wie gesagt in einen festen Behälter hineingebe, dass im Notfall einfach kein Wasser in meinen Keller auslaufen kann. Die Wasserleitung muss ich natürlich mit so einem entsprechenden Verbinder auch noch zusammensetzen. Alles ist vorbereitet, weswegen ich mein Hauswasserwerk wieder an den Strom anschließen kann. Und hierbei muss ich jetzt nur darauf achten, dass das natürlich mein Stecker von dem Trockenlaufschutz ist. Den gebe ich zuerst mal in meine Steckdose hinein und von dem Trockenlaufschutz ausgeht nochmal so eine Art Steckdose weg. Und da gebe ich jetzt natürlich den Stecker von meinem Hauswasserwerk hinein, so dass der Trockenlaufschutz zwischen Steckdose und meiner Pumpe somit angeschlossen ist. Bevor wir unser Hauswasserwerk anschalten, sollten wir mal noch schauen, dass wir so viel Wasser wie noch möglich in das System hineinbekommen und somit natürlich das Ganze auch so gut wie möglich entlüften. Hierfür sollten wir auf jeden Fall mal den Stopfen hier oben gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann einfach mal mit einem Trichter hier einsetzen. Und wir können zum Beispiel mit einer Gießkanne das Ganze so voll machen, bis wirklich hier etwas Wasser herauskommt. Außerdem hast du noch die Möglichkeit, dass du den Schlauch, welcher zu deinem Brunnen geht, einmal abdrehst, dann leicht nach oben hältst und auch hier mit einer Gießkanne etwas Wasser hinein gibst, bis natürlich die ganze Luft so gut es geht raus ist und dann relativ zügig den Schlauch hier wieder anstecken. Bei mir macht das beides jetzt keinen Sinn, da ich das Hauswasserwerk schon mal in Betrieb hatte, weswegen ich den Stopfen auch wieder einmal hier oben aufsetze und natürlich im Uhrzeigersinn so gut es geht verschließe. Mein Wasserhahn im Garten ist noch zu und jetzt kann ich aber meine Pumpe hier hinten mal bei dem Aus- und Anknopf ganz einfach anschalten. Der Druck wurde super aufgebaut, das Ganze hat bei mir bei 3 bar übrigens aufgehört zu pumpen. Wie man das noch einstellt, da habe ich auch schon ein spezielles Video auf meinem Kanal und jetzt sollten wir natürlich auch noch überprüfen, ob alle unsere Anschlüsse dicht sind. Bei mir schaut das auch super aus und noch als kleiner Tipp, bevor ich es vergesse, im Winter sollten wir das Ganze übrigens, wenn es nicht bei dir im Keller steht, unbedingt frostsicher lagern. Bedeutet abbauen und irgendwo nach innen stellen, da sonst hier natürlich irgendetwas aufplatzen könnte. Zum Testen habe ich mir jetzt übrigens auch noch einen Gartenschlauch mal draußen bei dem Brunnenwasser angeschlossen und hier reingezogen, weswegen ich auch schon mal hier Wasser entnehmen kann. Ich würde sagen, der Druck schaut auf jeden Fall super aus und jetzt, wenn ich das Ganze mal noch eine kurze Zeit laufen lasse, dann sollte auch schon automatisch mein Hauswasserwerk hier hinten anspringen. Das hat es auch schon getan und der Druck wird auch dementsprechend wieder aufgebaut und somit haben wir so ein Hauswasserwerk jetzt auch schon richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch ein Hauswasserwerk, ein Vorfilter, so ein Trockenlaufschutz oder natürlich auch ein Set zum Abdichten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. hayır Bevende, avenge glands, ich kann es beide nicht lol nein, okay Nh informaçãodul, nouvelles du 拍f Venus Format doin miners